Entdecke Deine ganz persönliche Garten- und Heimwerkerwelt. MyBosch Das ist Paul. Er hat gerade einen neuen Akkuschrauber gekauft und kann es kaum erwarten, ihn auszuprobieren. Aber bevor er loslegt, verlängert er erst einmal die Garantie auf drei Jahre. Wie er das macht? Paul registriert sein Werkzeug auf der Plattform für Heimwerker und Gärtner. myboschtools.com Und so einfach geht's. Bei myBosch anmelden, Tool und persönliche Daten eingeben, Werkzeug registrieren, Garantiezertifikat herunterladen, fertig. myBosch bietet aber noch mehr. In der virtuellen Werkstatt hat Paul den Überblick über alle seine Werkzeuge. Und falls er mal eine Frage oder ein Problem hat, helfen ihm die myBosch-Experten und Servicemitarbeiter gerne weiter. So ist Paul selbst für die kniffligsten Do-It-Yourself-Aufgaben, ob im Haus oder im Garten, bestens gerüstet. Mach es wie Paul und entdecke auch du deine ganz persönliche Heimwerkerwelt. Auf myBoschTools.com Und nur einen Klick weiter findest du unsere Heimwerker-Community. Hier triffst du gleichgesinnte Do-It-Yourself-Enthusiasten, mit denen du über deine Garten- und Heimwerkerprojekte fachsimpeln kannst. Schau doch mal rein!